Ich hab das auch nicht bei mir schon mal gekannt. Ja, du hast es bei mir gern gelernt. Ob Marmor. Marmor ein bisschen, wo du Platz hast. So, Feststofftricker auf dich. Schneller. Schneller, bis er sich dreht. Bis er sich ohne greift und dreht. Nein, das ist ja nicht so schwer. Da. Da. Ja, machst du. Dann gucken wir mal. Du trägst sie nicht festgenommen. Das hab ich genau gewisst. Leck ist ein Buckel. Das muss Spannung gehen da drauf. So viel. Ein bisschen mehr. Ein bisschen so bläst. Du musst das fest drauf drücken. Und nicht so. Du. Zu. Zumachen. Daneben zumachen. Du probierst ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so. Du hörst du denn. Das ist ja gar nicht so schwer.